Mein Name ist Bernadette Achleitner, ich arbeite hier am Naturkindergarten des Familienbundzentrums Reiser als Kindergartenpädagogin, bin Waldorf-Kindergärtnerin. Wir haben jedes Jahr mit den Kindern den Schwerpunkt, vom Schaf zur Wolle, wie verarbeite ich Wolle, gestalten und werken mit Wolle. Wie bin ich zum Karten und zur Wolle gekommen? Eigentlich durch das Spinnrad meiner Urgroßmutter, das nach langem Stillstand dann wieder aktiviert und vorher repariert worden ist. Und wenn man Wolle spinnt, dann kommt man auch darauf zurück, wie kämme ich die Wolle. Ich habe den Handkarten besorgt und wie verarbeite ich die Wolle dann weiter. Es wird gestrickt und gewebt und das möchten wir auch mit den Kindern im Kindergarten erlebbar machen. Ich habe den Karten und die Wolle. Ich habe den Karten und die Wolle. Untertitelung des ZDF, 2020